Was für ein niedlicher Vogel. Dorthin können wir aufgrund des umgestürzten Baumes auch nicht gehen. Es muss einen Umweg geben. Das Tor ist verschlossen. Es muss einen anderen Weg geben. Achso, nach rechts geht es auch noch. Gehen wir mal nach rechts. Was haben wir? Boilerteile? Achso, jetzt sollen wir wieder suchen. Pass auf, Säge habe ich schon gesehen. Marienkäfer. Das war der Tabachbeutel, die Brille, Schnalle, die Schere, und der Löffel. Sperling. Sperling wird ein Vogel sein. Da ist der Marienkäfer. Das Armband. Eine Vase. Schadiere brauchen wir noch. Die haben wir da. Jetzt haben wir noch Vase, Sperling und Feder. Eine Feder. Eine Feder, die ist da. Da ist das Sperling. Und die Vase. Ja, noch Segiko Vasen. Da ist das Sperling. Da ist das Sperling. Da ist das Sperling. Da ist das Sperling. Vase, wo soll denn die sein? Seht irgendjemand eine Vase? Ich sehe eine Trommel. Mehr eine Trommeln. Aber Vase sehe ich kunde. Also alles mögliche sehe ich aber gar kein Wassen. Klar, ich glaube wir gehen wir diesmal auf. Denn eine Vase sehe ich kunde. Wo auch immer die sein soll. Ach, das sollte eine Vase sein. Gut, auf jeden Fall haben wir eine Säge gefunden. Benimm die, sonst gibt es Schick Nuggets. So, wie schaut es denn aus mit der Säge? Können wir uns denn da irgendwie freisägen? Nug. Dann begeben wir uns einmal da hinten. Ein weiteres Mal erscheint dieser schwarze Kater. Ein wahrlich rätselhaftes Geschöpf. Doch wir scheinen dasselbe Ziel zu verfolgen. Ah ja, gut. So, dann sollen wir natürlich wieder suchen. Da ist der Käfer. Da ist der Käfer. Eine Axt, die habe ich gerade gesehen. Jetzt sehe ich es auch wie nimmer. Eine Schraubmutter. Brennholz. Was war das jetzt? Nix. Da ist die Axt. Lokomotive, die habe ich auch gesehen. Ein Auge. Da ist der Stern, da ist das Auge. Kerze. Einen Schmetterling haben wir auch gefunden. Klebstoff. Achso, das war ja schon. Eine Dartscheibe. Wo soll denn das sein? Eine Dartscheibe ist ja eigentlich was relativ Großes. Aber finden du es trotzdem nicht. Und das Brennholz. Das ist das da. Ach, gehört es ja auch noch. Da ist die Dartscheibe. Da ist die Dartscheibe. Und eine Kerze. Gut, das muss natürlich kein Gegenstand sein. Das könnte natürlich auch so ein Battle sein. Ah, da ist die Kerzen. So, dafür kriegen wir Kleber. Eine wunderschöne Statue. Sie scheint mit dem Windrad verbunden zu sein. Doch eines der Zahnräder fehlt. Wenn wir es finden, können wir sie wieder tanzen lassen. Was für ein süßer Gartenzwerg. Sieht zerbrechlich aus. Sieht zerbrechlich aus. Können wir den vielleicht irgendwie kaputt hauen? Nee. Moment. Wahrscheinlich brauchen wir dafür einen Hammer. Statt man einfach so einfach rumhauen. Die Türen sind verkettet. Moment, aber nicht mehr lang. Wir haben hier alles dabei. Wir haben einen Bolzenschneider. Okay. Jetzt sind wir... Was ist denn das da? Der Schrank ist sehr schwer. Wenn wir etwas an die Schnitzerei oben binden, könnten wir ihn umwerfen. Ach so, den müssen wir umwerfen. Da schau her. Bildertraum. Eine Zeitung. Für diese Tür muss es eine Kombination geben. Ich komme nicht hinein, bevor ich sie gefunden habe. Ja, wie immer halt. Auf diesem Truhendeckel scheint ein Felsen zu fehlen. Er scheint absichtlich entfernt worden zu sein. Ein Felsen. Fetzen. Fetzen klingt besser, gell? Ist denn der wichtig? Können wir uns vorstellen. Können wir uns vorstellen. Ich mache, dass wir ihren Clementen das sehen. Wie lange halt может ihn doch sicher sein. Also, wir fahren coats Bier Someone in Pac- Instagram. tanto Gelderscheibrad, dass das so devraitEEPRIS immediately schön不到.